Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spiele ich wieder GTA 5. Ich mache diese Franklin Mission. Es gibt... Also ich mache diese letzte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die vorletzte oder die letzte ist. Da hätten sie irgendwie Franklin. Was geht ab? Oh, da ist ein Job. Ja, voll. Aber ich will mal diese eine Mission jetzt aufnehmen, weil die macht nicht Spock. Johnny Guns. Ja, okay, das ist die letzte Mission, glaube ich. Begib dich zu Johnny Guns letzten Aufenthaltsort. Gerne. Schreit doch ein bisschen. Oh, ne, ne. Ist die nächste Partie. So, ich habe diese Mission schon gefühlt in 30 Mal gemacht. Es war sogar einmal doppeltes Geld. Also für diese Mission 2 Millionen Dollar. Schmeckt schon lecker. Okay, das Signal hat jetzt geöffnet. Wir sind nahe. Jetzt wieder mit. Er fährt weg. So ein Angstmaß. Oder, ey, warum? Rein, auf. Wenn man alleine spielt, muss man vorsichtig sein. So, ich schufe links rein. Nicht so, weil ich Angst habe. Aber was sollen die denn? Die haben keine Chance zu kriegen. Die wollen sich mit dem Mancha loshalten. Aber erst mal. So, Johnny. Besser. Woher sind die denn jetzt? Wo sind die Waffen? Hier, so kannst du die Scheiben. Ja. Wo ist man der? Dahin. Diese Scheiben, die nerven schon ein bisschen. Was bringen die denn? Die Panzerbrechen bringen ja gar nichts. Die Scheiben so stabil sind. Weißt du. Au. Das hat weh getan. Frech. Frech. Wo ist der denn? Der will mir den ganz auf der Karte da vorne markieren. Da. Da. Hatte ich endlich. Zack. 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 Ab. Von der Fälle. Ich hab's. Ding, die haben wir uns. Komm mal, wer ist das denn? Die wollen mit Karte. Ja, wirklich. War ganz zackig. Wo ist meine Karte? Hey, FYI, Johnny is making some serious calls. Private Pilot, Private Killer Squad, you know the kind of thing. Oh, thank you. Okay, Franklin. Oh, zum Flughafen. Ja, wo will der denn hin? Der will einfach vor einer Person abhauen. Der hat seine ganze Armee und ich bin einmal hier alleine. Oh, der will einfach schon in unser Land reisen. Er will nach Cayo Perico. Und dann werde ich ihn da auch schnappen. Hey, I'm at the studio, I was just for training. Oh, das war schon. Oh, das war schon. Ich weiß nicht, ich hab die Missione nur 20 mal drauf. Ich hab die Missione nur 20 mal drauf. Okay, jetzt nicht 20 mal drauf. Oft. Wie wir alle wissen, gibt es den Hinteringang. Und wer diesen Hinteringang nicht kennt, der ist halt wirklich... ...und sich mal... 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 ...und sich mal auf der Unterung machen. Aha, Johnny hat sein Auto... Also jetzt sind wir ganz ruhig, ich hätte zwar kein Scheinwerfer drauf, aber es ist mir egal, ich spiele lieber ein Pistole. Oh, ich brauch meine Panzerung. Also mit dem Anzug, den will ich nicht dreckig machen, deswegen zieh ich mir ganz ruhig eine Panzerung. Da ist sie doch. Sorry. Weil wir wollen ja nicht meine Anzug. So, was bleibt ihr denn? Was ist du denn? Wie frech muss man sein, um mir die Panzerung wegzuschießen? Aber Schokolade ist gesund. Oh, was geht denn dahinten? Oh. Hier? 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 Ich will sie, weil jetzt kann man was gleich zurückliegen. Guck mal dahin. Ganz fisch. Dieses Outrain kippe ich manchmal sehr auf. Guck mal. Da, guck mal, wie der wartet. Guck mal, wie bist du denn? Bis dahin. Guck mal, ich krieg zum Schuss. Aua. Tod. Tod. So. Noch mal kurz die gesunde Schokolade essen. Aber nicht da. Inventar. Guck mal, da kommt jetzt jemand mit dem Auto angefahren. Das könnte ich mir gar nicht so verschieben. Wer ist das? Wo kommst du denn her? Ich will die Scheibe nicht festen. Ah. Weil ich brauche das Auto-Technik noch. Weil alleine ist es nicht so ab. Wieso habe ich jetzt eine MG in Hand? Guck mal, da steht der schon. Oh mein. Da ist er. Guck mal. Jetzt geht auch jetzt. Ich ziehe. Ja, okay. Noch ganz gut zu heilen, auch wenn es nicht viel ist. Aber wir wollen ja nur auf so was ich finden. Also nicht. Die Scheibe ist natürlich kaputt. Guck mal, was ist das für ein dummes Auto? Ich dachte, das wäre ein gepanzertes Auto. Oder haben wir das weg? Oder? Weil normalerweise gehen die S-Cup alle weg, wenn eine Explosion ist. Aber man kann es nicht. Ja. Guck mal. Wo ist er? So. Guck mal da hin. Wo ist er denn? Wo ist Johnny ganz? Oh, das ist schönes Feuer. So, dann ziehe ich mal die Pumpkin raus. Weil er wird mich jetzt wahrscheinlich sehr rasieren. Ist er toten? Oh. Ich habe vergessen, dass ich ihn nicht töten darf. Da war ich mal wieder zu aggressiv. Und ich... Ey, nee, oder? Ich muss da jetzt nochmal durch. Aber wenigstens schon mal in der Munition wieder. Ey, guck mal, wo ist denn jetzt mein... Ach, ich brauche keine Gesichtsmuske. Ich laufe da einfach ganz kurz. Ich laufe da einfach ganz kurz. Joah, Junge. Boah. Hey, sounds like some heavy shit. One way or another. Absurd. Ach, Junge. Ich schätze, dass ich da so ein Checkpoint habe, das ich von ganz neu mache. So richtig... Guck mal, das ist doch... Ich brauche das... Ich brauche kein Sturmgewehr mehr. Ich habe diese Waffe... Ich brauche schon ein Sturmgewehr. Ich will ihn jetzt wieder nicht töten, aber dann tötet er mich, wenn ich, weil vielleicht denke ich dann, ach egal, ja ok, ich guck, wie du willst, ich weiß, du musst diese Treppe, was ist denn, diese Treppe, was ist denn, nein, ja, so, schnapp die Johnny ganz, du kommst jetzt mit Johnny, was ist denn? Was ist denn? Ich weiß nicht, dass ich das alles richtig mache. Du hast gerade versucht, mich zu töten. Aber du wißt du was? Lass uns das für einen Moment ein bisschen vergessen. Das ist in meinem Telefon. Das ist leer, mein n****. Das ist da. Es gibt nichts, dass der Genie wieder in der Brille. Johnny, du denkst, dass ich ein dumme oder was? Du musst es realen? Fuck, du. Fuck, du, dann? Warte, du. Geh, du. Geh, du. Du gehst zurück zum Golf Course, du. Das sind die Straßen. Wir sind aus deinem Element, man. Es ist lustig, dass du das sagst, weil, äh, ich habe meine Klubs hier. Und, von der Seite, ich mag das 9-9. Das ist mein Lieber. Das ist mir niemals verletzt. Ich weiß nicht. Es fühlt sich so süß, so schön, und du kannst es wirklich aufhören. Du wißt du was? Das ist ein tolles Klub. Und ich sag dir was, Mann. B****! 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 Ich fühle mich nicht mehr schlecht. Die Demos sind da draußen und es gibt nichts, was ich tun kann. Und du weißt was? Es ist so, dass... Hey, Golf macht mich in einen besseren Bewegung. Okay, kannst du mir einen Rennen holen? Natürlich bringe ich dich nach Hause. Ich habe etwas, das ich dich hören möchte. Lass uns fahren. Oh, Musik gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die anlassen darf im Video. Hey, hör. Ich fühle mich, dass wir viel zusammen haben. Ja, wir können uns aufhören. Das ist das? Das ist das hier? Das ist das hier? Das hat ein paar Sachen in die Perspektive für mich. Jimmy war recht. Ich muss aufhören, zu halten, zu halten. Ich muss aufhören, zu halten, zu halten. zu machen diese Demos, die ich mit so vielen Jahren arbeite. Du hast keine Ahnung, wie viel ich habe. Aber du willst hören, was ich? Das ist das, was ich? Okay. Das ist ein Wörter-Premierer Welt. Hier, hier. Hier, jetzt. Okay, da muss ich alles rausschneiden. Ah. Ich komme. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig gefahren bin. Die Musik wurde einfach, als ich das Video bearbeiten wollte, einfach rausgeschnitten. Aber ich rede da eh nicht, also werde ich sowieso einfach kurz rausschneiden. Ich bin die Zofahrer. Jetzt bin ich nicht nach. Ich bin die Zofahrer, ich bin die Zofahrer. Ich bin die Zofahrer. Ja, das ist ***, ich bin die Zofahrer. 1 Million Dollar Endlich diese Musik, weil jetzt kann ich wieder sprechen und das ist schön weil ihr mögt meine Stimme Endlich Ja, jetzt steh ich ein, mit 1 Minuten Das war's mit dem Video, schon was hat dir gefallen Lass einen Leck da abonnieren, bitte 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 Tschüss